Ich bin verantwortlich für ein weltweites Vertriebsteam bei einem renommierten deutschen Softwareunternehmen. Im Tagesgeschäft geht es sehr oft darum, die Probleme eines Kunden zu verstehen und dann Lösungsstrategien zu entwickeln. Der Aha-Effekt für mich war beim SmartPen, dass ich die Möglichkeit habe, Notizen, die ich auf Papier erstelle, sofort auf dem PC zu archivieren, zu durchsuchen und auch anderen Kollegen und Mitarbeitern weitersenden kann. Das ist für mich eine Revolution in meinem Tagesablauf, weil ich mir dadurch sehr, sehr viel Arbeit spare. Der SmartPen hat die Meeting-Organisation für mich persönlich revolutioniert, auch weil Informationen von verschiedenen Meetings sehr einfach zusammengeführt werden können. Ich habe sehr oft Meetings im wöchentlichen Rhythmus und ich weiß nicht mehr vor zwei Wochen, was ich notiert habe zu einer bestimmten Situation. Mit dem SmartPen habe ich die Möglichkeit, diese Informationen zusammenzuführen und einfach nachzuschlagen. Ich wurde schon oft von Kollegen und Geschäftspartnern angesprochen, mit was ich schreibe. Ich habe den SmartPen demonstriert. Meistens habe ich eine kurze Voice-Aufzeichnung gemacht und die direkt vorgespielt und die waren alle begeistert. Früher hatte ich mehrere Notizbücher aufgrund der Masse der Informationen, die ich in Meetings mitgeschrieben hatte. Mit meinem SmartPen gehört das alles jetzt der Vergangenheit an. Mein Name ist Thomas Renk und das ist meine Livescribe-Story. Das ist die� dezesse Virtelle bis zum Mittelfin. Das ist die